Keiner von euch verlässt diesen Ort, sonst werdet ihr erschossen. Wir schicken uns Herzchen im WhatsApp. Dann gehe ich mit dem Hund laufen, zweimal. Und nach all dem... ...lässt du mich endlich hin. Und dann findest du, äh, nein, doch nicht. Ist das das, was du willst? Ich verstehe es einfach nicht. Nach der reinen Nacht fühlte ich einfach nichts von mir gehört. Ich weiss einfach nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe ihr ein Wasser ins Bett gebracht. Ich habe sie in den Schlaf massiert. Ich habe sie... Cyril, vielleicht bist du einfach viel zu nett gewesen. Gewisse Frauen hätten das lieb, wenn der Mann heute gleich... ...dur tun wir mal nicht. Du hast recht. Weisst du was? Ich lüge die Tür an. Und zeige ihr, dass es meine Gefühle gelöst hat. Und es so nicht geht. Danke. Und es war schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist eine komplizierte Komplikation. Oh, bevor ich es vergessen habe, ich habe ein Paket für dich. Hey, schnau, du stirbst uns noch! Ich versteck dir die Meikle! Schau dich jetzt raus! Hey, look at this man! What the fuck? We're gonna get some guns and collect some debts. Weißt du wer mich verraten hat? Mein eigener Bruder. Irgendeiner sagt, ich bin ein Spitzel. Wie soll ich das Gegenteil beweisen? Ich sage dir, ich bin kein Spitzel. Jetzt musst du entscheiden, ob du es glaubst oder nicht. Was denken Sie? Warum hat man ihnen diese Fragen gestellt? Würden Sie sagen, dieser Status steht Ihnen zu? Bonjour, ich bin 5G. Ich bin 4G. Montre, an welchen Punkt es ist. Frappe mit den Doigten. Oh, okay, c'était quoi, ça? Oh, mais attends, je t'ai pas prêt! Faut que tu me guises avant que tu commences! On recommence! Untertitelung des ZDF, 2020